So, hallo und alle, zum nächsten Folge vom Kurzlettsplay des Osborne-Mods und, äh, wie ich gerade gesehen habe, ich habe noch Speicherplatz frei, deswegen nehme ich gleich die nächste auf, am Stück. Das wird so eine Once-Am-Stück-Session wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt hier so 5-6 Stunden oder so und dem was auf, aber das macht voll Bock. Doch, soll ich nicht nähen? Äh, läuft immer kurz? Ne. Was? Ich muss aufpassen, dass ich nicht runter blumse. Ich würde gerne hier die mal... Was? Ah! Da schreit ich mich so. Nein! Rote Ameisen waren in dem Block drin. Das sind keine Dias. Das ist ein Nester von den Ameisen gewesen. Alter, was fällt euch an, mich so zu verarschen? Das ist gemein. Ich habe mich schon so gefreut und die, die es wussten, haben sich schon so ins Fäustchen gelacht. Ich weiß es. Ich darf jetzt die ganzen Ameisen plätten. Ähm... Red-and-Troll-Block. Ja. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen genauer gucken, was da steht. Verdammt. Alter. Das ist... Das ist gemein. Das ist... Mega gemein. Ich wette, das sind auch Red-and... Ja, das sind auch Red-and-Troll-Blöcke. Warum habe ich mich dann hier runter überhaupt gewagt? In dieser Scheiße. Ey, das... Das war aber echt fies. Ne, aber ich habe euch aber gesagt, der ist voller Überraschung. Von daher. Äh... So. Kann ich nicht mehr, danke. So, und jetzt sollte ich aber langsam echt mal anfangen, mir einen Ofen zu machen oder so. Ah, Gold. Ich kann immer wieder neue Öfen machen. Hier haben wir kurz hier... Zack. Das ist mein, äh... Crafting-Table sozusagen. Da kann ich hier so Standard-Sachen... Ach so! Warte, warte. Den Red-and-Troll-Block, den habe ich trotzdem im Inventar. Das heißt, ich dürfte... Könnte ich eigentlich trotzdem noch platzieren. Schätze ich mal. Das ist natürlich interessant. Böser Block. So, dann kann ich hier... Äh, zack. Noch mal zwei Öfen, geht am schnellsten. Gut. So. Ich setze noch mal ganz böse. Hups. Nein. Da so eine Ecke. Und deswegen war die Kohle dabei. Ich will jetzt erstmal da alles durch. Trüben das da. Red-and-Troll-Block. Alter. So, da war Dings. Und das tue ich mal zu den Spawn-Eiern hin. Verdammt. Jetzt haben wir die reich gekriegt. Ich könnte ein bisschen Stein abbauen, weil ich auch noch Stein brauche. Und dann könnte ich mir noch einen Ofen machen. Ich habe hier so einen Stack-Cobbles-Ton-Sow-Dabey. Obwohl, eigentlich schickt es ja. So praktisch mit dem Crafting-Table hier drin. So, und einmal das da. Noch mal einen Ofen wieder erholen. Zack. Das da rein. Und hier eine Hälfte rausholen. Da rein. Und unseren Spezial-Rucksack. Kohle rausholen. Bist du voll alles organisiert? Wie willst du die Peile bauen? Oder auch nicht, die ich mal gerade gesehen hatte. So, und das sah mich auch mal gerade ein. Vielleicht spawnen Eier. Und hier kommt das andere Zeug rein. Ich glaube, hier mache ich so ein, alles mögliche, so ein Schrott-Backpack erstmal, damit ich hier sortieren kann. Vielleicht kann ich die Karte, der bringt nicht viel. Karte bringt gerade nicht viel. Das raus, das raus. Gunpowder brauchen wir auch für viele andere Dinge. Also, viele Sachen werden ab sofort richtig nützlich. So, Pfeile kann ich rausholen, aber ich habe auch keinen Bogen. Kann ich mir spawnen. Axt kann erstmal raus und Gravel kann raus. Weißt du, brauche ich so nicht. Restwahl, die erstmal für alle möglichen Zwecke. Und, ähm, wertvollen Sachen tue ich mal zu den Spawn-Eiern rein. Also alles, was dann Gold ist und so, Gold, die erstmal abkommt, auch zu den Spawn-Eiern, ne? Ecke oder sonst irgendwas. So, haben wir schon wieder einiges an Eisen durch. Auch gerade so ein Crafting-Table. Ähm, klären wir gerade mal. Ich hätte gerne, äh, ein bisschen mehr. Sticks. Weißt du was, aus denen kann ich eigentlich komplett Sticks mal raus machen. Das ist ja richtig, ne? Ist eh das dunkle Holz. Stackt sich eh nicht mit dem hier. Für Platz momentan und so. Und dann brauchen wir, äh, ein Eisenschwert. Warte, ich mach mal gleich mal. Kann ich rausholen? Ich kann das nicht craften. Achso, ah, ah. So, ja, ich muss das reinigen. So. Ja, vielleicht ganz praktisch. Ich sollte mir auch vielleicht angewöhnen, die Rezepte drin zu lassen. Bis ich halt, äh, ne? Es wirklich nicht mehr brauche. Am Ende brauche ich es doch nochmal. Darf es nochmal neu machen. So, nicht zu gebrauchende Öfen und sowas kann ich wieder abbauen. Apropos, die Lava ist auch abgezwackt und hier ist gerade was reingeflabbert, oder? Was sonst? Creeper von oben wieder. Diese bösen Blöcke. Alter. Ähm, bei dem Schwert. Das kann ich gerade mal rauswerfen. Denn ich hab ja jetzt, äh, bessere Schwerter. Komm schon, schmilzt schneller. 26 Eisen. Ich kann mir jetzt schon mal anfangen, langsam eine Rüstung zu machen. Rüstpanzer. Ja. Ich hab grad geschifft klickt. Weil ich die Steuerung dieses Inventars noch nicht gewohnt bin. Ich wollte nämlich eigentlich das Ding, ich mach immer Schriftklicks in der Inventarleiste. Ich mach immer Schriftklicks. Und da ich hier alles nur einmal voll hatte, hab ich halt Schrift gedrückt und hoffentlich krieg's dann raus. Aber nicht bemerken, dass es automatisch durchcraftet. Jetzt hab ich schön viel Equipment fürs Nichts rausgeblasen. Äh, viel Eisen meine ich. Das war nicht so gut gerade. Clear. So, ich denke immer einmal machen. Oder merke immer einmal machen. Ich hab nur noch drei übrig. Verdammt. Warte. Das kann mal raus. Den zieh ich an. Und, äh, die tue ich mal hier zum Rüstungszeug oder sowas. Aber ich fahre das Zeug rein, weil das Eisen gemacht ist. Alter. Einfach das abbauen, krieg ich alles wieder raus und dann geht's zurück. Ja. Hat keiner gesehen. Du auch nicht? Nein. Hast du noch gar nicht gesehen. Was erzählst du da? Tschüss, Screeper. Ähm, so wie's aussieht. Hab ich gerade hier gebaut. Aber, ähm, hochgehen. Danke. Ich will nicht allzu tief hier unten rumgucken. Ich würd gern oben ein bisschen weiter erkunden. Trotzdem leerreich. Danke für die Info, dass ich das momentan anders machen muss. Vielleicht gibt's nochmal eine andere Höhle, Mine, Schacht oder sonst irgendwas. Und ich weiß ja noch, wo's rausgeht wegen meinem Orientierungssinn. War ich da oben schon? Ich glaub nicht. Ups. Nee, hier war ich noch nicht. Ah, und was war denn? Cassowary. Preisfrage. Was ist ein Cassowary? Dum, 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 dum. Ein Strauß. Müsste es sein. Einfach so eine Art Vogel. Und ich sollte mir auch mal, warte, warte, überhaupt einen linken Eimer machen, dann hab ich wieder Eisen endlich. Jo. Ich würde verreißen. Nee, doch hier. Hier war ich doch schon. Ich hab den Spawner gesehen. Dried Large Worm. What? Wollen wir es echt mal festen gegen den Großen? Wollen wir das testen? Ich glaub, ihr kennt den Großen Würmer noch. Ich weiß echt nicht, ob ich den so krieg. Ich glaub nicht. Large Worms sind echt heftig. War ich ja schon drin? Schwinde. Äh, äh, ja, ich sollte mal kurz pennen. Gleich. So, den auch noch. Tschüss. Ähm, essen und... Von wegen. Ich hatte gehofft, ich gleich mal kurz ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Stirb. Vor allen Dingen du da. Genau. So, der ist auch weg. Äh, ich nehm mal kurz mein Bett. Und setz es mal irgendwo hier hin. Cannot sleep, der Monster ist nearby. Halt. Stirb. Schon wieder? Wart. Ich will hier raus. Ist blöd. Nein. Trotz allem Skelette ist immer noch am nervigsten Fall an die Viecher. Das ist ein Zombie. Fuck. Ich kann nicht pennen. Danke, Skelette. Äh, dafür nicht danke. Was hat mir grad den Zombie weggesnipet? Boah, hier ist zu viel los. Schon wieder ist ein neuer Creeper gespawnt. Ich würde gerne mal... ...einen von denen verputzen. Kann ich pennen? Ja. Young Bad was ein bisschen gehofft Struck da, als ich gestorben bin. Oder so. Ähm. Der hat nicht so viel... ...Dings gebracht. Hunger dazu. Boah. Oh, mein Girlfriend. Oh. Und. Was? Das Holz wurde verwandelt. Hier war doch Holz. Das war eine Workbench hier. Sie ist in Erde verwandelt worden. Was geht denn hier ab? Ein Girlfriend. Oh. Soll ich mir eine... Ich besorge mir erst mal eine Freundin. Ja, doch. Ich besorge mir eine Freundin. So, da vorne war grad eine. Und ich muss ihn einfach nur kurz hingehen und Blumen besorgen. Das heißt, wir haben dann gleich einen Begleiter, die mit Zeug um sich wirft und schmeißt. Oh, ein Chipmunk. Haben wir auch noch da. So. Äh, ich brauche Poppies. Hier hängen Poppies. Poppies, Poppies, Poppies. Und eine grantige Freundin. Die war da vorne irgendwie. Ja. Ich hoffe, die drei reichen schon. Da bietet sie, äh, mein, ähm, meine, meine Liebe, die ich hier gestehe, akzeptiert. Hier vorne ist sie. Ähm. Huhu. Girlfriend. 80 Leben. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So, dann, äh, muss ich erstmal kurz einen, einen Liebesantrag machen. Kann ich hier, äh, hat nicht gereicht. Steht da so Achievement Get. You are too ugly. Du bist so hässlich. Verdammt. Ich hab einen Korb bekommen. Ähm. Oh, da sind kleine Küken. Oh Gott. Willst du ohne Scheiß kleine Küken rum? Rubber Ducky. Ich will wissen, was die droppen. Wenn die zu killen, wär scheiße. Also, wenn da drei sind, fällt's doch gar nicht mehr auf, wenn ich eins dachte. Oh, sind vier. Siehst du, alle, äh, gut, alles wieder da. Wieder drei da. Gar nichts passiert. Die droppen anscheinend nix. Ähm. Nein, ich hab kein Hühnchen getötet. Nein? Habt ihr was gesehen? Hä? Was? Nein, nein, nein. Das ist schon wieder so ein Mantis-Ding. Hüps. Also, ich versuch nochmal so rote Blumen zu kriegen. Hier vorne sind noch zwei. Und ich würd gerne dem Flappermann da ausreichen. Weil der scheint mir ein bisschen, äh, böse zu sein. Ein bisschen Girlfriend hab vielleicht. Ich schlachte da mit mir. Kann ich da? Tönt, ist auch noch irgendwas? Auch eine Art Dungeon. Ich seh da Glowstone und... Das sind grüne Erze. Ach, hier ist nochmal Girlfriend. Ich nehm die im Bikini. Äh. Ist auch ein Überlast. Oh, da sind lauter Erze versteckt. Und nochmal lauter Blumen. Oh, komm, jetzt sind sie mir aber sicher. Die werden ja auch mit mir angreifen, schätze ich. Und hier ist nochmal ein Butterfly-Blend. Okay, hier spawnen Schneiderlinge durch. Firefly-Blend. Oh, hier spawnen, ähm, die Glühmümmchen draus. Ich glaub, ich sollte da mal unbedingt hin und die Erze abbauen. Haben schon wieder Zeit. Ja, es geht. Noch ein bisschen Zeit. War hier mehr Girlfriend, ich mehr tame. In Anführungszeichen. Ja, okay, schon. Okay, ich führe halt ne... Führe halt mehrere Affären. Tut mir leid. Ähm, dann... Die helfen mir am Kampf. Kann ich eventuell auch einfache Mobs killen. Haha. Ich geh den hinten durch. Alle Zittenflischen hinweg. So, warte. Ich glaub, die Blumen reichen... Oh, das reicht bestimmt für drei, vier, fünf Stück. Klar, folgen die einem dann. Das ist ein bisschen nervig. Aber die werfen halt Schuhe auf Gegner. Macht sie kleben. Und das ist gar nicht mal so wenig. Die könnten mich übelst supporten da oben. Aber, äh... Ja, komm. Ich denk mal, das schickt. Komm, schickt. Dann muss ich mal ganz kurz mich wieder rausputzen. Und, äh... Kommt, meine Ladies. Kommt, kommt, kommt. Blonde zuerst. Sie mag die Blumen. Ah, jetzt mag sie mich. Danke. Ich muss die alle schnell tehmen, sonst zoffen die sich nämlich. Okay. So. Wenn die jetzt nicht getehmt hätte, würde die langsam die andere mit Schuhen anwerfen oder so. Ich hab schon mal zwei Girlfriends. Sie verstehen sich gut. Yeah. Warte, das muss ja eigentlich hier... Oh, das muss ein Thumbnail werden. Spark mit den zwei Dinge. So, Moment. Moment, Moment, Moment. Komm, das passt perfekt. Oh, mein Herz ist echt furchtbar heute. Passt so perfekt. Einfach nur so. Ähm... Yeah, von der Rüstung. Love Story in Minecraft. Los, kommt her. Die anderen, glaub ich, irgendwie fest. Komm hoch. Los. Auf geht's. Die steckt irgendwie fest. Und dann, äh... Machen wir's halt so, dass ich hier vorgehe. So. Wird das was? Ähm. Na, das wird was. Ja, muss ich jetzt gut ja groß skalieren, ne? Ja, muss ich. Okay, oder auch nicht. Es sind sogar drei Chicks. Oh Gott, okay, der war... Der war... Der Witz war schlecht. Eins, zwei, drei. Äh... War hier noch ein Spawn-Eye? Ja, das ist ein Spawn-Eye. Nein, das ist Salt. Ich dachte schon. Ich will jetzt wissen, was da oben ist. Das sieht mir nach... Ach, ein Grote Ameise. Die... Freundinnen werfen jetzt dann wahrscheinlich alles Mögliche ab. Das sieht mir nach... Erzen aus jedem Gold. Aber... Wenn das kein Dungeon wär, Wär das geil. Moth... Mottenpflanze. Ich schätze aber mal, das ist eine Art Dungeon oder sowas. Unten kann man noch rein. Oh, so eine riesige Cave. Kämpfen die irgendwie? Ne. Die haben sich angezogen. Ach, Ladies. Musste die doch gar nicht. Die ist... Ne. Na gut. Eisen wollte ich jetzt gerade nicht holen, aber... Das ist ein Zombie. Okay. Genau. Werft die mit Schuhen ab. Ich glaub, die... Hat gerade die andere vorgekickt. Ja, genau. Macht ihnen alle. Macht ihnen alle. Macht ihnen alle, Ladies. Die halten sich auch wieder voll. Wissen wir, die helfen mir. Schön. Sie werfen mit Schuhen. Oh, ein Stinkekäfer. Das muss ich unbedingt bringen. Kommt, den... Den muss ich unbedingt jetzt... Den... Den Knaller lasse ich zünden. Den Knaller muss ich zünden. Warte. 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 Auch das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Lass krachen. Und tschüss.